Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Petitionsausschuss ist für mich das politische Stimmungsbarometer und der Anwalt der Bürgerinnen und Bürger, und das ist aber nicht alles. Eine Erfolgsgeschichte aus diesem Jahr und die einzigartige Möglichkeit der direkten politischen Teilhabe auf Bundesebene deutlich macht. Es ist eine beeindruckende Geschichte einer Petition, die schließlich zum Gesetz wurde und wohlgemerkt dem einzigen Gesetz dieser Legislatur im Gesundheitsbereich, das nicht im Koalitionsvertrag verankert war. Den Ausschlag gab eine Petition beim Deutschen Bundestag zum Thema Inkontinenzversorgung. Diese Petition wies auf massive Bestände in der Versorgung mit aufsaugenden Hilfsmitteln hin. Ein Großteil der Krankenkassen arbeitet bei der Versorgung mit Inkontinenzprodukten inzwischen mit Pauschalen. Diese Pauschalen reichen bei Weitem nicht aus, um die Versicherten mit vernünftigen Produkten zu versorgen. Patientinnen und Patienten berichteten davon, dass sie nur eine knapp bemessene Anzahlmenge einfachster Produkte als Sachleistung ihrer Krankenkasse angeboten bekommen hätten, und die gewohnte Qualität und Menge sollten sie künftig nur gegen eine private Aufzahlung erhalten können. Wegen solchen inakzeptablen Verhältnissen haben wir das Heil- und Hilfsmittelgesetz auf den Weg gebracht. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen ein solidarisches Gesundheitssystem. Gesundheit darf nicht vom Einkommen abhängen, und alle Patientinnen und Patienten müssen davon ausgehen können, dass sie bei ihrer Krankenkasse ordentlich versorgt werden. So erarbeiteten wir entsprechende Positionspapiere, die das Gesundheitsministerium aufgriff. Dann beschloss der Petitionsausschuss, einstimmig die Petition der Bundesregierung, also dem Gesundheitsministerium, zur Erwägung zu überweisen und sie dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung zuzuleiten. Das Ministerium reagierte sehr schnell mit einem entsprechenden Beschluss des Bundestages, und zwar mit der Mitteilung, dass dazu ein Gesetzentwurf in Arbeit ist, der Entwurf zum Heil- und Hilfsmittelgesetz. Das Gesetz haben wir am 16. Februar 2017 beschlossen. Ich finde, das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir selten erleben, auch wenn wir da noch viel hinterherlaufen müssen. Aber wir haben das sehr ernst genommen. Wir haben gesehen, wo die Missstände liegen. Und darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich stolz. Und liebe Kollegin Rüffer, da weise ich auch in jeder Rede darauf hin, es hat sehr gut getan, ihr Lob. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, auf diesen Ausschuss hinzuweisen, aber ich tue es immer dann. Und in der Gesundheit können wir oft darauf verweisen, dass wir wirklich aus dem Ausschuss Gesetzgebung verändert oder veranlasst haben. Wir haben mit diesem Gesetz Transparenz geschaffen. Wir wollen zukünftig wissen, was die Menschen aufzahlen müssen. Und diese Erfolgsgeschichte ist wahrlich nicht die einzige. Frau Steinke, Sie haben darauf hingewiesen, bei den Epilepsie-Medikamenten sind wir weitergekommen, bei den Verordnungs- und Erstattungsfähigkeiten. Und vor allem bei dem sehr wichtigen Thema Cannabis als Medizin. Und da haben wir ja wirklich mal zusammen auch etwas, was der Union sicherlich nicht sehr leicht gefallen ist, den richtigen Weg gefunden und das richtige Gesetz gemacht. Diese Geschichten sind beispielhaft. Und Petitionen bieten eben jedem Menschen, unabhängig von Alter oder Staatsangehörigkeit, die Möglichkeit, sein Anliegen direkt an das Parlament zu wenden. Und sie zeigen übrigens auch, dass es zu dem Petitionsverfahren im Deutschen Bundestag weder eine ernstzunehmende noch eine effektive Alternative gibt. Für solche Erfolge gilt es jedoch eine wesentliche Bedingung. Wir müssen fraktionsübergreifend hinweg für alle Petentinnen und Petenten zusammenarbeiten. Koalitionsverträge können dabei nicht der alleinige Maßstab sein. Für die Zukunft wünsche ich mir deshalb, dass wir noch stärker die jeweilige Sachfrage in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und apropos Zukunft. Wir von der SPD wollen, dass der Petitionsausschuss seine Funktion als Anwalt aller Bürgerinnen und Bürger als Instrument der direktdemokratischen Teilhabe noch besser erfüllen kann. Und dazu müssen wir eben diese Teilhabe erleichtern, die Handlungsmöglichkeiten des Petitionsausschusses ausweiten und mehr Öffentlichkeit herstellen. Ich finde, es ist an der Zeit, etwas Neues zu wagen. Und das Petitionswesen weiter strukturell zu stärken. Vielen Dank und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Kastner für die Fraktion Die Linke.